Falls du preiswerte Ultimate Team Münzen sowie PSN Karten oder Microsoft Points kaufen möchtest, schau mal in die Beschreibung, dort findest du den Link zu meinem Sponsor MMOGA. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zum 20. Part des Adventskalenders und ihr habt die 350 Likes wieder mal geschafft. Easy. Und ja, ich würde sagen, der 20. Part des Adventskalenders. Ich nehme das Ganze immer noch hier am 19. auf, es ist immer noch das gleiche. Also hier, die 35 K-Packs wären jetzt immer noch aktiv, die ziehe ich heute nicht, weil die habe ich ja schon gezogen, kann ich also nicht mehr. Und deshalb heute einfach mal 7 Packs auf den freien Mann. Fangen wir doch mal direkt mit dem Alaba-Pack an, in der Hoffnung, dass der uns auch was Schönes einbringt. Wir fangen mit Begovic an, den haben wir heute schon mal gezogen, beziehungsweise gestern. Für mich dann eben heute das dritte Trikot von Real Madrid, das ist ein bisschen was wert, also 1000 sagen wir mal. Ja, Begovic ist auch 1000 und, oh herzlichen Glückwunsch, Server machen gerade wieder das absolute Pace hier. Wunderbar. Ja, komm schon. Dein Tausch konnte nicht abgeschlossen werden, dann einfach auf die Transferliste. What the fuck? Lol. Okay. Lol. Lol. Ich denke mal, ich fliege gleich raus. Lol, 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 lol. What the fuck? Lol, da muss ich jetzt ein Foto von machen. Lol. What? Okay, ne, da muss ich jetzt ein Foto von machen, tut mir leid. Aber was ist das denn? Was ist? Da muss ich jetzt... Lol. What the fuck? Okay. Äh, ich hab ja jetzt alles hier auf die Transferliste gestellt. Äh, dann stoße ich den Rest einfach mal ab. Warum erhalte ich 0 Münzen dafür? Ja, okay, waren irgendwas mit 1000. Sagen wir 2000 Münzen für das erste Pack. What the fuck? Ich hab in Hoffnung, dass das jetzt gleich hier weg ist. Tchigerchi, okay. Äh, lol. Also 2000 Münzen für das erste Pack. Äh, 3000. 3000. Tchigerchi, Tchigerchi ist auch noch 500 wert. Also, machen wir 4500. Jetzt funktioniert's ja wieder. Was um Himmels Willen Das da gerade war Und Fitness, sagen wir 700 Stoßen wir da ab Sind wir bei ca. 5000 Münzen LOL Was ein Bug, egal Machen wir weiter Und Varan und Insigne Okay Ist Varan vielleicht ein bisschen was wert noch Ja, 1000 Münzen Okay, das geht auch Der Rest weg, ja sagen wir Einigen wir uns auf 6000 Münzen Und ja 3 Packs haben wir noch Robert Huth, dein Ernst Äh, ja Robert Huth ist geil 7500, 2 Stück haben wir noch Aber was für ein Feld gerade, egal Und Ja, die Skid Packs Übrigens auch heute nicht Sagen wir 9000 und jetzt letztes Pack Mit ganz viel Trommelwirbel hoffentlich Schauen wir doch mal rein, was der Edna Saat uns jetzt hier einbringt Es ist Roberto Firmino Und Felaini Immerhin seltene Spieler Ich Sende jetzt einfach mal alle auf die Transferliste Und sag dann einfach mal Wir sagen 10.000 Münzen Jackpot Für diesen Part Ich will teilen Nehmen in die Beschreibung Schon seid ihr dabei Und ich hoffe ihr Schafft die 350 Likes Für einen Bonuspack in der nächsten Folge Ich sag wie immer Tschau Leute Bis zum nächsten Mal Haut rein Und macht's gut Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss